Joao, ein ganz herzliches Willkommen hier in Hannover. Du hast gerade in diesen Minuten deinen Vertrag unterschrieben. Gib uns einen Einblick in deine Gefühlslage. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es ist eine neue, tolle Erfahrung in einer großartigen Liga für mich. Und ich hoffe, dass hier alles gut laufen wird. Es war ein sehr anstrengender Tag für dich. Du bist heute früh aus Spanien angereist, konntest aber deine neuen Teamkameraden noch nicht sehen. Wann wirst du sie das erste Mal treffen? Heute war wirklich ein sehr langer Tag für mich. Ich bin heute sehr früh aufgestanden, aber was im Vordergrund steht, ist, dass ich sehr glücklich bin, hier in Hannover zu sein. Morgen werde ich meine neuen Kollegen und auch alle anderen Verantwortlichen das erste Mal kennenlernen. Und ich hoffe auch, dass ich morgen mit dem Training gleich beginnen kann. Wir wünschen dir hier in Hannover eine tolle, erfolgreiche Zeit. Schön, dass du da bist. Danke.